Wir waren in Thailand und haben gerettete Elefanten in einem Elephant Sanctuary besucht. Die traumatisierten Elefanten leben in einer Elefanten-Auffangstation und werden sowohl physisch als auch psychisch wieder aufgebaut. Wir durften beobachten, wie die Elefanten einmal gebadet werden. Schaut euch mal an, wie niedlich das aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr solcher Videos.